Hallo zusammen, nächste Programmvorschau, ihr seht's hier, das war, wo ich schon im vorletzten oder letzten Trailer darauf hingewiesen habe, oder Film, dass ich da was mache, was mir die Diana da geschickt hat, ehrliches Mitteilen, ja, aber natürlich ganz andere Sachen, wie gehabt's, natürlich dann auch da drin, ja, könnt ihr dann kaufen, ja, sicher kaufen, könnt ihr dann anschauen bei VK, bei Bitchute, bei Rumble und Odyssey, die sich den Trailer bei Watings TV aufrufen, entsprechenden Link kopieren, ab in die Browserzeit und dann vielleicht bis gleich, tschüss. Ist aber wirklich interessant, mal auch das sich mal rein zu pfeifen.